Musik Herzlich Willkommen meine Freunde hier auf TonyTotschlägerTV mit eurem Ghetto-Kommentator Tony Totschläger Und wir wollen auf jeden Fall hier durchdrehen und den Adolf wieder aus dem Käfig lassen Zeigt uns unseren Gegner Phil Davis Ein Ringer, Alter, der hat auch am Boden Ach, das war gar nicht Submission Der hat einfach am Boden 100, Alter, auch so einen Bodenkämpfer So einen Ameisensammler, Junge Ja Wie gewohnt, ne, werden wir das Training auf jeden Fall skippen Dann mal schauen, was kommt, ne Training hier mal skippen Und gleich werde ich auf jeden Fall mal rüber wechseln in FIFA Und der King D-Nose will auf jeden Fall das Rückspiel gegen mich spielen Diesmal, meine Freunde, ich schwör's euch, diesmal werde ich definitiv gewinnen Diesmal werde ich gewinnen Zu 1000% Zu 1000% Da würde mich nichts von abhalten Mann, das dauert hier wieder, Alter Was ist los? Ich will jetzt kämpfen, Alter Adolf ist schon heiß Wie langsam steigt man denn da in diesen Cards auf, Alter? Ja, ja, wollen wir gar nicht wissen Wollen wir durchdrehen, Junge Wollen wir zerstören? Als Kind war ich nur ein weiterer Außenseiter Und du leckst danach Nach meinem Sieg meine Hoden, Digga Wie sieht er aus, Junge? Richtiges Faultier-Gesicht Richtiger Zinken, Alter Boah, den Zinken, den ficken wir ihnen jetzt auseinander, Alter Adolf, komm Dein Einsatz Was? Ja, oh, ich wollte gerade die Faust geben Ich hab kurz vergessen, Alter Du Wichser, Mann Dreh doch nicht gleich durch, Junge Ist doch gut Beruhig dich, motherfucker Kommt erstmal der Adi Boah, Alter, geht der gleich drauf hier Bam Kriegst du gleich mal eine Schelle, Alter Was ist los mit dir, Digga? Hä? Was ist los? Greifst du denn gleich so an, Alter? Ein paar Punches Boah, ich verliere voll die Bam Bam Nein, nein, nein Boah, Alter, nein, ich taumel Er hat mich zu Boden gehauen Ich glaub's ja nicht, Alter Ich glaub's nicht Ich glaub's einfach nicht Ich glaub's nicht, du kleiner Bastard Hau ab Ey, der ist Boah Der ist komplett Nur auf Konfrontation, Alter Junge, der wird uns bestimmt ausknocken Ich muss auf jeden Fall irgendwie meinen Kopf erstmal wieder klarkriegen, ja? Gib ihm mal ein paar Bomben, Alter Damit er mal sieht, Alter, wer wir sind Du kleiner Lutscher, Alter Hä? Was ist mit dir los, hä? Ah, nein Wollte ich gerade hier eine brutale Submission machen, Junge Du hässlicher Nub, Alter Lass mich los Lass mich los Sonst schleicht dich kaputt, Alter Bam Bam, Junge Bam, Alter Was ist los, hä? Du kleiner Bastard, hä? Bam Was? Bam, bam 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 Jünger ist die Todkaron Und Adolf Knochenbruch ist schon wieder der Champion Ich glaub es nicht Heftig, da hat er uns noch fast kaputt gemacht Aber hier schlagen wir ihm richtig das Gesicht kaputt, meine Freunde Das hat richtig gesessen Guckt euch an, wie er blutet, Mann Lappen, Alter Noch ein paar Ohrfeigen Kasper, Junge Was willst du tun? Boah, er hat einen brutalen Dings im Auge, Junge Von dem Bluterguss Ja, wir haben eine sehr kurze Folge, würde ich sagen Das ist ein Absturz, Alter Muss ich bald mal Folgen machen, wo ich zwei Gegner gleich zersäge, oder? Meine Freunde Machen wir beim nächsten Mal, Alter Beim nächsten Mal, wenn es wieder so ein kurzer Kampf wird, Alter Dann hänge ich auf jeden Fall noch einen Kampf dran Weil das ist ja ein Rapssturz Jetzt werde ich für euch auf jeden Fall noch eine Online-Folge drehen, Alter Mit meinem Kino-Team, Alter Ihr wisst Bescheid Okay, euer Tundi-Tutschläger ist raus, Alter Ihr wisst Bescheid Adolf Knochenbruch Übertriebener Champion, Alter Haut da rein Bewerten und kommentieren nicht vergessen Und nicht so viel onanieren Boom, Alter Jetztiet Vielen Dank.